Ihr habt euch dazu entschieden, euren Laptop an den Fernseher anzuschließen, um darüber die Show zu schauen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Hierfür braucht ihr einfach ein HDMI-Kabel. Das habe ich hier schon mal am Laptop angeschlossen. Habe hier am Fernseher den passenden Eingang gefunden. Und jetzt geht ihr einfach in euren Browser. Bei mir ist es jetzt Safari, bei euch vielleicht Firefox. Als nächstes gebt ihr www.eb-magic.com ein, slash Wohnzimmer. Jetzt könnte es allerdings noch passieren, dass der Ton über euren Laptop wiedergegeben wird. Und da machen wir einfach nochmal eine Einstellung hier an unserem Laptop, dass ihr dann den Ton entsprechend über dem Fernseher bekommt. Viel Spaß bei der Show.